ist ja hier aus dem dschungel raus gehe und ich hier habe mich ein bisschen versteckt hat keiner gemerkt hier und jetzt hier jetzt habe ich vor ich bleibe die ganze zeit im dschungel camp reparieren bis ich sauber mache und mache mir so ein bisschen gedanken hier wie könnten was sein hier im nächsten jahr hier beim dschungel camp wir könnten hier reinkommen ins camp hier also ich bleibe hier ich berichte euch hier aus dem camp was hier abgeht ganz ernst hier was kloppt jahren herum jedoch ich habe gedacht schwerer anziehen immer ganz frisch hier in bern hier was los hier und vielleicht wohnen hier noch ein paar trainieren ich muss mal gucken hier ich habe ja benötigen zeit ich tue ein bisschen die sache reparieren wie sie den ganzen dreck hier von den leuten weg hier und ich gucke mal hier bis dann hier und wenn du bock hast du hast ja daumen machen wir die daumen hoch hier kannst du auch kostenlos abo machen hier kostet keine kohle hier und also denke ich mal das ist kostenlos manche leute denke ja hier abu abu da krieg ich jeden tag ein video auf dem teller geschmissen oder auf dem tisch oder im briefkasten da wirst du hier kannst du immer gucken machst du bisschen die daumen hoch hier du hast du hier machst gut bis dann hier ich berichte aus dem dschungel camp